Ich bearbeite heute den Konzepttest Nummer 10. Darin geht es um die kinetische Gastheorie von Argon. Kommen wir zuerst zur Frage und den Antwortmöglichkeiten. Welche Aussagen treffen für die Argon-Atome in Luft bei Standardbedingungen zu? Antwort A. Die mittlere Stoßgeschwindigkeit beträgt 1044 km pro Stunde. Antwort B. Die mittlere freie Weglänge beträgt 0,08 km pro Meter. Antwort C. Die mittlere Stoßfrequenz beträgt 1000 MHz. Und Antwort D. Die mittlere Translationsenergie beträgt 0,39 Elektronenvolt. Dazu klären wir erst einmal, wie beschreiben wir ein Gas eigentlich mikroskopisch. Hier nochmal die ideale Gasgleichung. Diese erklärt uns makroskopisch, also mithilfe von z.B. Druck, Volumen oder Temperatur, das Verhalten von Gasen. Um aber den Konzepttest zu beantworten und um ein tieferes Verständnis für das Verhalten von Gasen zu bekommen, führen wir diese messbaren Größen auf mikroskopische Größen zurück. Betrachten wir zunächst ein Gas als Teilchenmodell. Ein Gas besteht demnach aus vielen kleinen Massenpunkten, die sich ständig bewegen und natürlich ständig miteinander zusammenstoßen. Dabei sind die Teilchen an sich vernachlässigbar klein, da ihr Durchmesser viel kleiner ist als der zurückgelegte Weg zwischen zwei Stößen. Während sich die Teilchen bewegen, ändert sich aber Energie und Geschwindigkeiten permanent. Daher werden die Größen später auch immer im Mittel angegeben. Kommen wir nun zur eigentlichen Berechnung der mikroskopischen Größen. Zuerst die mittlere Translationsenergie. Sie ist sozusagen die molekulare Bedeutung der Temperatur. Danach die Formel für die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen. Dann die mittlere Stoßfrequenz, die uns angibt, wie viele Stöße ein Teilchen im Mittel pro Zeiteinheit erlebt. Und zum Schluss die mittlere freie Weglänge, also der Weg, den ein Teilchen zwischen zwei Stößen zurücklegt. Im Anschluss folgen nun die einzelnen Rechnungen. Die fettgedruckten Ergebnisse sind jeweils in der Einstellung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Wert von 4900 MHz Zu guter Letzt berechnen wir noch die mittlere freie Weglänge Lambda. Durch Umstellen der Formel für die Stoßfrequenz lässt sich Lambda relativ einfach berechnen, indem man die Geschwindigkeit durch die Stoßfrequenz teilt. Wir erhalten einen Wert von 8,18 mal 10 hoch minus 8 Metern. Das entspricht 0,08 Mikrometern. Lösen wir den Test also nun auf Antwort A, die mittlere Stoßgeschwindigkeit ist also richtig. Antwort B, die mittlere freie Weglänge von 0,08 Mikrometern ist auch richtig. Antwort C ist jedoch falsch. Und Antwort D ist auch falsch. Und Antwort B, die mittlere Stoßgeschwindigkeit ist auch richtig.